Wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Mein Vater gibt Gas. Und der andere Fahrer schneidet uns. Papa, Sie können doch jemand. Ich kann dir da und da so ein bisschen die Materie machen. Auf Deutsch? Pass doch auf, du Pferd. Wer hat dir denn den Führerschein gegeben? Die Vagina deiner Mutter. Und dann ist ein bisschen Stau. Und der andere Fahrer möchte sich einreihen. Hey, Netsch, es ist die Huni. Mammut, je bin Burgernanskurs. Du kommst hier nicht rein. Ich ficke deine burgenländische Mutter. Und dann gibt mein Vater Gas und muss abbremsen. Von einer roten Ampel bei einem Silberstreifen, wo keine Schulkinder vorbeigehen. Ma, je beemti sema vor krvadi. Kaku wie ek mennes treffi. Je beemti schkodo. Heite te zu buchurte mal. Kaku kann jemand nicht dort aus. Ich ficke die blutige Ampel. Wieso ficke das immer mich? Und ich ficke diese Schule. Kommt schon, Kinder. Aus euch wird sowieso nichts. Ich bin 앞에 jemanden. Ich bin einfach hier. Ich bin einfach hier. Y naja.